Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Ripa erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Vor wenigen Tagen verkündete der DSDS-Juror die Baby-News auf Instagram. Neben zahlreichen Glückwünschen äußerten sich einige Follower jedoch kritisch. Einige finden, dass eine Schwangerschaft nach dem Liebes-Comeback des Paares zu schnell ging. Manche zweifeln sogar Pietros Vaterschaft an, da der 30-Jährige und Laura Maria ihre Beziehung erst zwei Monate zuvor publik gemacht hatten, Laura jedoch schon länger schwanger ist. Im Interview mit RTL äußert sich Pietro nun zu den Zweiflern. Viele denken ja, dass wir erst zusammengekommen sind, als es öffentlich wurde. Doch die Annahme ist laut Pietro falsch. Denn er und Laura Maria seien schon deutlich länger wieder ein Paar. Das ist schon viel, viel früher gewesen, über ein halbes Jahr, erklärt der Ex-Mann von Sarah Engels. Er Film auf den Weg, Anfang der Ex-Mann von Sarah del Falsch. Weg 4wärte oder 14 horas? 2mgp. 5wärte oder 16 Jahre. 8wärte oder 17, Fr. 20. 21. 21. 22. 21. Vielen Dank.